so verdammt warte ich habe eine idee vielleicht klappt es ja waffen schwert das hier ausrüsten mal verdammt das über 15 minuten schon ok kein problem kein problem ähm ja scheiße ja und ok 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 er leckt mich doch ich habe es nicht geschafft ich habe es nicht geschafft verdammt schwert so so ausrüsten verdammte scheiße wieso funktioniert das nicht wie zum zutaten funktioniert das nicht vielleicht gab es so ja ach so so ist es hä ähm ok ach so jetzt ist es wieder da so so und so verfickte scheiße wieso bin ich nicht darauf vorher gekommen tausend ach bronzer fick dich ins knie verdammt sie bin ich nicht vorher darauf gekommen mann bestimmt wussten meine zuschauer das aber ich nicht verdammte scheiße nochmal besiege alle gegner ok das ist leicht das ist leicht da steht ja nur besiege alle gegner und was zum teufel ist das denn dieser ist das teil hier ähm ok so 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 das macht doch spass so 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 ok weg das ist doch ein kinderspiel nö 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 In dein Knie, du Hurensohn. Boah, fick dich. Ich hab ja ne Idee. Waffen. Schwert. Das Waldding, das hol ich hier raus mal. Jetzt geh ich auf Monster. Untote. Wo ist das Skelett? Ist das ein Untoter in dieser Mule? Okay. Geisterauge. Zombie. Und Skelett. Okay, das hier. Das hier. Verarsch mich hier nicht. So. Das haben wir jetzt. Okay, Walddings. Jetzt ist ein waldkränkender Skelett. Okay, ich hab's auch gewusst. Und wo ist er jetzt? Der Wald. Okay, jetzt. Jetzt stirbt er so in meinen Händen. Komm her. Komm her. Okay, das haben wir jetzt auch. Und wo ist der nächste von denen? Also da. So, so, so. Und Karte will ich haben. Sonst verliere ich die Orientierung in diesem Kampf. Die beste Karte. So, so. So, so. Wieso und zu Teufel triff ich das nicht? Okay, da ist er jetzt. Tot, tot, tot. Ich stehe es mal auf. Danke, dass du tot bist. Und nochmal danke, dass du tot bist. Fick dich ins Knie, du. Wo bist du? Okay, du bist runtergefallen. Schön für dich. Aber trotzdem bist du jetzt tot. Ey, wieso sterben die nicht? So, so, so. So, so, so. Okay, geschafft. Ich kriege trotzdem Bronze, oder? Kriege ich Bronze? Kriege ich Bronze? Bronze? Okay, Silber kriege ich. Super, super, super. Ähm. Wo zur Hölle musste ich jetzt? Okay, es gibt zwei Wege. Verdammt. Diese Höhen sind sehr groß. Stand da gerade betätige alle Schalter? Oder habe ich mich da nur verhört? So, so. Ähm, okay. Verdammt, okay. Das wird heftig. Das wird heftig. Bombe. Hier, das. Dummbombe, okay. Verdammt. Waffen. Bombe. Ausrüsten. Linke Hand. Okay, das haben wir jetzt auch. Oh, fick dich ins Knie. Ich schwör auf alles. Fick dich in dein Knie, du Bastard. Boah, fick dich in dein Knie. Äh, der nimmt mich noch mit, okay. Okay, das haben wir jetzt auch. Ich hasse Eislevel. Verdammt. Ach, verdammt. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay. Kein Kommentar. Wartet mal kurz. Okay. Es geht weiter. Verdammt, okay. Drücken. Dankeschön. Okay, es geht weiter. Verdammt. Okay. Ähm. Was war das denn? Ich weiß es nicht, aber es klang beschissen. Verdammt. Okay, verschwinde. Verdammt. Aber trotzdem habe ich die Schalter betätigt. Okay, jetzt ist der Monster weg. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Yeah. Ich habe noch sieben Minuten, wollte ich noch erwähnen. Ähm. Bronze. Okay. Das ist schon gut. Was ist jetzt los? Und noch eins von denen. Was bringt es eigentlich, die zu zerstören? Ich weiß es nicht, aber ich mache es trotzdem. Nö, 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 nö. Linke Hand. Dankeschön. Das ist doch ganz toll. Ähm. Okay. Stufenanstieg. Ich will mal wissen, was das am Ende bringt, dieses Stufenanstieg. Mach mal schneller. Danke. Siehe, siehe. So, 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 so. So, 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 so. Ach, fick dich ins Knie. Ich glaube, jetzt komme ich zur... Wie heißt die wieder? Diese andere da. Blitzmeldung. Was? Mystische Juwelen gefunden. Im südöstlichen... Assum. Okay, merke ich... Das merke ich hier mal. Verdammt. Verdammt. Es kommen noch mehr von denen. Okay. Verdammt. So. Wo ist der Schalter? Verdammt. Ich wollte den Schalter betätigen. Hä? Okay. Okay. Okay, so. Verdammt. Verpiss dich. Verdammt. Okay, verpiss dich, du... Homo-Sapien-Teil. Verdammt. 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 Okay, ich muss schnell sein. Oder ich muss mit den Bomben arbeiten. Kann auch sein. Ich glaube, das mit Bomben. Okay. Zubehör. Fick dich. Waffen. Ja. Ähm... Ja. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Okay, jetzt komm. So. Haben wir es geschafft? Was? Das ist doch eine Lüge, oder? Ja. Ähm... Okay. Verdammt. Okay, okay, okay. Ich hab's trotzdem nicht geschafft, aber egal. Okay, ich muss aufladen. Hier platzieren. Jetzt schnell zu dem anderen Teil da. Verdammt. Triffst du es noch? Fick dich doch. Ich schwör auf alles. Einmal sterben. Ja, dieses... Geräusch, das nervt sowieso schon. Verdammte Scheiße. Egal. Diese Monster töten wir mal schnell. Dieses Geist auch gemacht, bestimmen diese ganzen Geräusche. Das eklige Teil. So. Okay. Mach's doch mal. Wie will das noch... Wie lange will es noch brennen? F. Ach. Okay, nochmal töten lassen. Nochmal töten lassen. Ich hab keinen Bock drauf. Ich will das komplett haben. Komm. 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 Komm, schneller. Verdammte Scheiße nochmal. Ich hasse sowas. Ich in den nächsten Parts werde ich sowieso wieder zurückgehen, um zu gucken, was bei den anderen Teilen waren. Okay, das explodiert nur, wenn ich's nochmal drücke. Okay, merke ich mir. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay. Perfekt. Perfekt. Ähm, no, no, no. Perfekt. Okay, das hab ich geschafft. Und Gold. Jupu. 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 Und noch eins von denen. Und wo sind die... Okay, wo ist der? Den wir bekommen haben. Achso, da. Hm. Verdammt. Der ist runtergefallen. Okay, bist du jetzt weg? Boah, fick dich. Waffen. Schwert. Nichts dieses. Auch nicht dieses. Ja, dieses. Verdammt nochmal. Ja, siehe. So, so, so. Okay. Mann, die Höhle ist richtig groß. Ich geh jetzt mal nach links. Vielleicht ist da irgendwas. Entzünde alle Fackeln. Das ist doch mal ne leichte Aufgabe. Nö, 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 nö. Ähm, okay. Ist das jetzt alles? Oder was los? Ah, so eine Scheiße ist das. Okay. Geschafft. So geht's da auch. Deswegen ist das Breitschwert hier. Okay, merke ich mir. Nö, 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 nö. Okay. Ich zerstöre noch diese Statue hier und dann beende ich meinen Part. So, 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 okay. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.